Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, es ist unglaublich, wir haben die 1000 Abos geknackt, ja, und da ich sehr intelligent bin, ja, und mir natürlich sofort überlegt habe, was ich für ein 1000 Abos Special mache, wollte ich euch natürlich daran teilnehmen lassen und ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, weil mir sind da ein paar Sachen eingefallen, aber ich denke einfach, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so ganz, was ich schon oft gehört habe, ist zum Beispiel, mach nochmal ein Kochvideo, ja, wenn das viele wünschen, dann mache ich das wohl, wenn, dann muss ich es aber leider alleine machen, denn der Jonas aka Amilev ist nicht da, ja, aber das werde ich auch sicherlich irgendwie so hinbekommen, was kam noch oft, ja, irgendwie ein Giveaway, zum Beispiel von CSGO, irgendwelche Skins, schon wieder, oder irgendwelche Game Giveaways, da muss ich mich dann halt, wenn ihr das wollt, in Verbindung setzen mit ein paar Key-Webseiten, das wird aber sicherlich gehen, denke ich, und, äh, was haben noch viele gesagt, ähm, oder was, ah ja, was mir zum Beispiel eingefallen ist, wäre ein Best-of, ist jetzt zwar nicht so, äh, ja, nicht so was Außergewöhnliches, aber sich hier durch 1300 Videos sich durchzuarbeiten und da die besten Szenen heraus zu finden und alles mögliche, ja, das ist nicht schlecht, ja, auf jeden Fall werde ich dann auch noch einen Zweitkanal eröffnen, es wäre eigentlich ja der Drittkanal, ja, aber der Zweitkanal Chabag TV, ja, wie soll ich sagen, er existiert zwar noch, aber ich, wir, wir oder uns fallen, besser gesagt, keine Sachen ein, wo wir Real-Life, äh, Videos aufnehmen könnten, beziehungsweise auch überhaupt wollen, die dann auch, äh, interessant sind, aber, das ist auf jeden Fall mal ein kurzes Infovideo, ja, weil ich bin einfach viel zu inkompetent, und natürlich möchte ich auch euch daran teilnehmen lassen, was ihr denn so euch vorstellt an einem 1000-Abo-Special, ähm, ich werde mir dann die ganzen Kommentare angucken, ihr könnt natürlich auch auf Steam oder alles Mögliche schreiben, aber ich glaube, am besten ist die Kommentare, denn da kann ich alles mitverfolgen, und dann werde ich irgendwann mal gucken, irgendwann mal nächste Woche, wenn ich Zeit hab, äh, weil jetzt am Wochenende, wahrscheinlich gerade nächstes Wochenende wird es dann sein, äh, zum Beispiel ein Kochvideo machen, dauert dann natürlich auch ein paar Stunden zum Schneiden, alles Mögliche, und am Dienstag, ja, am Dienstag, den 19.1. ist es endlich soweit, da bekomme ich mein eigenes Internet, das heißt, es wird auch, äh, täglich, hoffe ich natürlich, neue Videos kommen, es werden auch sehr, sehr viele neue Projekte kommen, kann ich schon mal ankündigen, die wir auf den 1. Februar gesetzt haben, dass, weil eigentlich war's geplant, dass wir es auf den 1. Januar setzen, aber dann hab ich gemerkt, oh, scheiße, ich bekomme ein Internet erst am 19.1., also haben wir es verschoben auf den 1. Februar, aber darauf könnt ihr euch natürlich freuen, es werden auch sehr viele neue Spiele dabei sein, und auch zwei neue Serien, die wir zu dem Zeitpunkt dann anfangen möchten, wenn das alles so klappt. Äh, ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, unten in die Kommentare schreiben, ich lese es mir durch, ich antworte natürlich auch, wenn es mir gefällt oder natürlich nicht, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin, tschüss und schönen Tag noch. Tschüss. 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 Tschüss.